Guten Tag, mein Name ist Dieter Häusler. Ich stehe für den Bruno Gröning Freundeskreis, einer der weltweit größten Vereinigungen für Heilung auf geistigem Wege, der in sehr vielen Städten Gemeinschaften hat, die sich regelmäßig treffen, um die Lehre Bruno Grönings kennenzulernen. Diese Treffen sind offen, kostenlos und jeder Interessierte ist herzlich willkommen. Bruno Gröning war einer der größten Heiler, der in den 50er Jahren weltweites Aufsehen erregt hat durch seine sensationellen Heilerfolge. Tausende Menschen sind von der ganzen Erde zu ihm gekommen, um nach dieser fürchterlichen Kriegszeit wieder Hilfe und Heilung zu erlangen.